Ja, ich habe es gesagt. Willst du ja was Sinnvolles machen? Wieso? Meine Haut. Ja. Da siehst du eine ganze Klee. Ja, wenn ich mich überfordere, wenn ich ständig überkrebe. Wenn ich mich selbst eintrete, dann ist das immer so, dass man mich drauf und dann muss ich verschwinden. Also ich fand das sehr süß vom Cedric, dass er zu mir kam und gesagt hat, ich bin die Beauty Queen.